Musik Moin moin Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Rocket League. Heute sind mal, oder heute bin ich das erste Mal, nicht alleine, nach langer Zeit, habe ich endlich mal die Leute von BlasherTV, mit denen ich ja letztes Mal auch die Folge Golf for Friends aufgenommen habe. Die sind heute mit dabei und wir bilden ein schönes Rocket League Squad. Hallo! Hallo! Alter, geil! Hab ich, hab ich? LOL. Und ja, die Leute sind natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Den habe ich, den habe ich, den habe ich nicht. Scheiße! Gleichfalls, hab ich. Dürfen Sie sich haben. Oh. Sorry. Nein, passt schon. Sorry. Ja, kein Problem. Das ist natürlich jetzt viel geiler mal im Team zu spielen. Oh, shit. Geht mir ab. Ah, backflip. Oh, doch nicht. Oh, shit. Schön. Oh, sehr schön. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich wurde zerstört. Oh, nein! Beicht das. Hab dich nicht weggeräumt. Nein, ich habe ja getroffen. Da habe ich falsch predigtet. Oh, shit. Oh, nein, Dani. Oh, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Erstmal Boost hier sammeln, Alter. Ohne Boost geht nichts mehr. Oh, lo. Nice. Sorry. Sorry. Passt schon, passt schon. Ohneadtier. Ah! Okay, aufs Tor. Oh, schön. Schön. Der kommt mit. Nein. Alter, Plus, äh... NEIN! Mann! Alter, da habe ich überlegt, ob ich mit Doppel-A mache oder einfach so versuche, oh nein, da ranzukommen. Oh scheiße. Der kommt, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Das war ja noch schlimmer als ich. Also ich hoffe, ich habe jetzt in Featured Place nicht zu leise eingestellt. Alter. Ne, ich habe euch laut genug gemacht. Ja, ich schreie sowieso am meisten rum, also es passt, glaube ich. Ja, ich hoffe. Oh, war da, wo die weggekickt? Oh scheiße. Boah, Mann. Ich zerstöre dir mal. Nice. Oh shit. Hab ich, hab ich. Oh shit. Loll, der kommt. Hinten Torwart. Nice. Oh, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Jawohl. Ja, sehr schön. Jawohl. Warte, dann stelle ich den jetzt kurz lauter. Ich hoffe, ja, ihr habt jetzt sicher ein Standbild, Leute. Oh, jawohl. Vielleicht cutte ich hier kurz, keine Ahnung. Weiß noch nicht. Bin mir gefällt. So. Geht wieder weiter. Klapp hinten. Fahr vorn. Alter, der Kumpel regt sich gerade ein bisschen auf, weil ich dem gesagt habe, ja, ich... Ja, scheiße. Wir haben gesagt, wir spielen heute mal Payday 2 und er sollte sich das runterladen und er hat jetzt nicht so die schnellste Internetleitung, ne? Er hat sich das runtergeladen jetzt, ne? Ich hatte mir das auch vorhin runtergeladen, alleine gezockt, aber dann wieder den installiert, weil es so scheiße ist. Loh? Und der regt sich jetzt voll auf. Ist das scheiße? Wir haben uns das nämlich auch gerade gekauft. Na, das ist... Es geht eigentlich, aber ich weiß nicht. Ich stehe momentan nicht so auf diese Art von Ballerspielen. Ich spiele viel lieber Amp A3 momentan, so was eher realistischer ist oder so. Demolationen. Ja, genau. Alter. Oh, fuck. Wir machen hier die Pirouetten vorbei. Oh, 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 shit. Oh. Boah, man. Schön. Oh, der Trick. Ich räum die alle weg. Nice. Schön. Nice. Wir drei wrecken alles hier weg. Ja, im Team kann man viel besser spielen. Nach vorne. Ja. Ja. Kann man sich auch abspringen. Boah. Ich bin nicht random. Oh, fucker. So, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, hab den, hab den. Oh, der war schön. Oh, shit. Erschuld. Ich glaubst du. Nein! Oh, geil. Der Dany ist der Abstauber. Nice. Hatte viel leid, dass du noch reinkommst. Oh, der Dany hat natürlich schon wieder das Batman DLC, hat sich schon wieder gesnackt, diese kleine Snitch. Ähm, du kannst vorne fahren, no name? Okay. Du kannst vorne fahren. Oh, scheiße. Warte. Boah, boah. 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 Ohlig, ohlig, ohlig. Wow. Er kommt. Alter, müsste er den kriegen. Kommt. Oh shit. Outblit. Maaann. Mütze? Jo, ich bin da. Oh, mit dem Arsch. schweb 1 aufgewartet schöner pass von dem auch immer war er auch von mir auch schiebt oder jungen alter das war auch ein maus ich bin hinten ja ich hab ihn hochwertet oder wird gefährlich auch nicht zu Null die hohen Bälle die sind einfach ja die sind gefährlich aber alter wäre auch so aufs Tor gekommen ey ich kann wieder hinbleiben lol das Batman Ding man der Turbo klingt zu geil komm ein Tor schaffen wir noch mach ich jetzt oh wow close nein nein kein Problem komm halt den hinter ja ich hole den oh nein nein ja komm runter nein oh was ne geile Folge ich weiß nicht ähm geht noch ne Runde weil das waren jetzt 5 Minuten, 6 Minuten ja eine geht noch ok aber die mach ich bei mir mit einer neuen Folge dann also also für meine Zuschauer ist dann Ende Gelände ja ok ja nein dann machen wir auch Chaos dann bedanken wir uns recht herzlich für das Zusehen und sehen uns dann gleich wieder ok tschüssi tschüss tschüssi tschüssi tschüssi